Afrika ist ein junger Kontinent. Der Kontinent der Zukunft. Doch die Zukunft ist in Gefahr. Vor allem der Westen Afrikas ist ins Visier internationaler Drogenkartelle geraten. Die wollen schnelle, risikolose Profite und brauchen dafür freie Hand. Wenn sie ein Land ins Visier nehmen, unterwerfen sie die Politik und die Wirtschaft dieses Landes nach ihrem Belieben und herrschen. Drogen. Wir finden sie bei den Dschihadisten, wir finden sie im ganzen Sahelgebiet und wir finden sie überall in Westafrika. Sie werfen ganze Ladungen Kokain in der Wüste ab. Und Waffen. Wir sind nicht die Produzenten, wir werden bloß als Sprungbrett, als Durchgangsstation benutzen. Es ist ohne Zweifel eine Tragödie für die ganze Region. Dakar, die Hauptstadt Senegals, ist ein Drehkreuz für ganz Westafrika. Hier werden Waren aus aller Welt umgesetzt. Handelsbarrieren mit Europa und anderen Märkten in Asien und Lateinamerika wurden in den vergangenen Jahren weitgehend abgebaut. In Dakar ist es leicht, internationale Geschäfte anzubahnen und durchzuführen. Doch nicht alle Waren, die hier anlanden, sind legal und ordnungsgemäß verzollt. Kommissar Ndour von der Drogenfahndung der senegalesischen Polizei zeigt das Ergebnis der letzten Razzien am Flughafen und am Hafen. Kokain. In Plastik eingeschweißt, sogenannte Body Packs, die Kuriere im Magen nach Europa transportieren wollten. Und reines Kokain wird von über zwei Millionen Euro. Von den Beamten in einem Schiff entdeckt. Zwischen Zucker und Hülsenfrüchten. Wir beschlagnahmen immer mehr. Kokain, Heroin, Haschisch, Methamphetamine. Wir finden immer mehr. Für uns ist das ein Hinweis, dass die internationalen Drogenbanden die Region Westafrika für sich entdeckt haben und sie als Transitzone nutzen. Vor ein paar Jahren war Kokain in dieser Region so gut wie unbekannt. Heute ist es fast so alltäglich wie Cannabis. In ganz Senegal gibt es keinen einzigen Drogenspülhund. Kommissar Ndour hat nur 75 Mitarbeiter und die sind für ein Gebiet zuständig, das halb so groß ist wie Deutschland. Wissen Sie, der Senegal hat einen sehr wichtigen Flughafen, ein Drehkreuz für die ganze Region. In dieser Stadt gibt es auch einen bedeutenden Hafen. Von Dakar aus gibt es Flug- und Schiffsverbindungen praktisch nach ganz Europa. Und auch die USA werden angeflogen. Für die Drogenhändler ist Dakar deshalb ein sehr interessantes Pflaster. In den vergangenen zehn Jahren wurde der internationale Drogenschmuggel zu einem immer größeren Problem für Westafrika. In Dakar haben die Vereinten Nationen deshalb eine Behörde für die Bekämpfung von Drogenhandel und organisiertem Verbrechen eingerichtet. UNODC. Der Leiter, Pierre Lapaque, war früher Kriminalkommissar und Anti-Mafia-Ermittler in Lyon. Über 400 Milliarden US-Dollar jährlich, schätzt Pierre Lapaque, werden weltweit allein mit Kokain umgesetzt. Und Westafrika ist die ideale Transitregion. Geografisch genau zwischen den Erzeugerländern Lateinamerikas und Europa. Ein Kilogramm reines Kokain kostet in Bogotá, in Kolumbien oder in den anderen Haupterzeugerländern wie Peru oder Bolivien zwischen 1500 und 2000 Euro. Dieses Kilogramm Kokain ist auf den Straßen Berlins oder in Paris 400 bis 500.000 Euro wert. Eine extreme Wertsteigerung. Dazu kommt natürlich, ein Kilo reines Kokain wird zu vier Kilo für den Straßenkonsum gestreckt. Diese riesige Gewinnspanne öffnet Tür und Tor und ist ein enormer Anreiz für die Kriminellen, den Stoff von den Erzeugerregionen in die Verbraucherländer zu schmuggeln. Europa hat inzwischen die USA als größter Konsument überholt. Die schnellste Schiffsroute von Amerika nach Afrika liegt am 10. Breitengrad nördlich des Äquators. Experten und Ermittler nennen sie deshalb Highway Nummer 10. Hunderte Schiffe befahren diese Route täglich. Auf diesem Weg werden jährlich 60 bis 250 Tonnen Kokain aus der Andenregion in Südamerika durch Westafrika Richtung Europa geschleust. Die Gründe sind vielfältig. Zum einen ist Westafrika ein Gebiet, das aus sehr jungen Staaten besteht. Staaten, die erst in den 60er Jahren entstanden sind und noch sehr zerbrechlich sind. In einigen Ländern gab es bis vor kurzem Kriege, Revolution oder Staatsstreiche. Die staatlichen Institutionen, Justiz, Polizei und Zoll funktionieren hier kaum. Sie sind schwach und manchmal auch korrupt. Guinea-Bissau. Ein kleines Land südlich des Senegal. Der Küstenstreifen ist 350 Kilometer lang und stark zerklüftet. Sumpfgebiete mit Mangroven und dichter Regenwald prägen die Landschaft. Auf einem Gebiet von der Größe der Niederlande leben 1,5 Millionen Einwohner. Fast ein Drittel der Bevölkerung der ehemaligen portugiesischen Kolonie wohnt in der Hauptstadt Bissau. Guinea-Bissau ist eines der ärmsten Länder der Welt. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze. Einziger Exportartikel, Cashewnüsse. Durchschnittliche Lebenserwartung unter 50 Jahre. Die Einkommen im Land sind sehr ungleichmäßig verteilt. Einige wenige Menschen verfügen über großen Reichtum. Woher das Geld kommt, das bestimmte Leute in Guinea-Bissau innerhalb kurzer Zeit so reich werden ließ, diese Frage ließ Calvario Ocarie über viele Jahre nicht los. Zwischen 2007 und 2012 arbeitete der Polizeikommissar als Chef des Interpol Büros in Guinea-Bissau. Im Auftrag internationaler Ermittlungsbehörden versuchte er mit aller Kraft den Drogenschmuggel zu bekämpfen. Dabei ermittelte er gegen mächtige Drogenhändler. Einer von ihnen war der Venezuelaner Carmelo Vazquez Guerra, der über 600 Kilo Kokain geschmuggelt hatte. Dieser Drogenbaron wurde international gesucht. Als wir ihn hier erwischten, meldeten wir den internationalen Behörden, dass unser Land überhaupt keine Gefängnisse habe, die diesen Namen verdienen. Auf Gefangene dieses Kalibers sind wir überhaupt nicht eingestellt. Und nach einigen Tagen geschah genau das, was ich befürchtet hatte. Seine Freunde, mächtige Leute hier in Guinea-Bissau, sorgten dafür, dass dieser Drogenbaron unbehelligt ausreisen durfte. Kaum ein Land hier in Afrika hat die Möglichkeit, das organisierte Verbrechen wirksam zu bekämpfen. Ein ungleicher Kampf. Ja, die Verbrecher haben alle Mittel dieser Welt. Geld, alles. Während seiner Zeit als oberster Drogenermittler des Landes musste Calvario Aucarie erkennen, dass das Militär sein mächtigster Gegenspieler ist. Überall im Land bestimmen Soldaten das Straßenbild. Längst hat sich das Militär zu einem Staat im Staate entwickelt. Der größte Arbeitgeber des Landes. Und kaum eine Armee der Welt hat so viele Generäle wie die Guinea-Bissau. Und die gerieten in den vergangenen Jahren immer tiefer in den Sumpf der Illegalität. Ein Teil der Militärführung profitiert direkt vom Drogengeschäft. Hohe Militärs sind sogar in politische Morde verwickelt. Rückblick. Bei einem Attentat im März 2009 wird der oberste Armeechef Takme Nawai ermordet. Zwölf Stunden später wird auch Staatspräsident Nino Vieira erschossen. Die beiden hatten die Kokain-Mafia ins Land geholt, berichtet der ehemalige Interpol-Chef. Ihre Allianz endete in einem blutigen Machtkampf. 2012 wurde der Kommissar Calvario vor die Tür gesetzt. Kurz zuvor hatte sich eine neue Militärführung an die Macht geputscht und kurzerhand das Interpol-Büro schließen lassen. Jeder Versuch, seitens Interpol und der internationalen Gemeinschaft zu intervenieren, wurde zurückgewiesen. Mit dem Hinweis der Militärs, Guinea-Bissau sei ein souveräner Staat. Calvario gelangen in seiner aktiven Zeit immer wieder spektakuläre Beschlagnahmungen. Kurz vor seinem Rauswurf gehen ihm auf einen Schlag sieben Schmuggler, unter ihnen einige chinesische Soldaten, mit 700 Kilo Kokain ins Netz. Als unsere Polizeibeamten, die mit Kokain voll beladenen Fahrzeuge anhielten, haben sich die Kriminellen ergeben. Sie haben sich festnehmen lassen, weil wir ja von internationalen Fahndern unterstützt wurden. Wir hatten das Kokain beschlagnahmt und es der Staatsanwaltschaft übergeben. Einige Tage später war das Kokain allerdings verschwunden. Hohe Militärs hatten die Zentrale der Kriminalpolizei von Guinea-Bissau überfallen und die Verhafteten wieder befreit. Die Militärs sind stärker als wir. Sie sind viel besser bewaffnet. Bissau, die größte Hafenstadt des Landes, liegt in einer zerklüfteten Küstenlandschaft. Offiziell sind 20 Seeleute für die Überwachung der 350 Kilometer langen Küste zuständig. Allerdings, den Marinesoldaten steht kein einziges Boot zur Verfügung. Sie verdienen in der Regel 50 Euro im Monat. Oft bleibt aber der Lohn monatelang ganz aus. Wenn man ihm 300 Euro und auch den Sprit für das Motorboot bezahlt, dann nimmt Popkande jeden mit auf die Djagosch-Inseln. Das war's! Das war's! Okay, wir sind kundgeculpt. Wir sind viermal. Bevor Vor Guinea-Bissau liegen 88 Inseln. Nur 21 davon sind bewohnt. Alle restlichen sind unbewohnt. Riesige Schiffe fahren diese kleinen Inseln an. Vollbeladen mit großen Fässern. Gefüllt mit Kokainpaketen A200 Kilo. Und auf den Inseln können die Drogenbosse in aller Seelenruhe mit ihren Kunden verhandeln und ihre Ware zwischenlagern. Ungestört. Sie bezahlen unsere Politiker und Militärs mit Drogen oder mit Geld. Die Drogenbarone fühlen sich wohl bei uns, wie im Paradies. Auf Bubac, der Hauptinsel, landen auch Propellerflugzeuge. Ein alter Militärflugplatz dient den Cessnas aus Brasilien und Venezuela als Landepiste. Anwohner berichten über spanisch sprechende Herren, die manchmal beim Entladen der Ware schnelle Hilfe brauchen. Vor der Kamera wollte das jedoch niemand sagen. Es handelt sich um alte Pisten aus Kolonialzeiten. Es gab früher überall solche Pisten, in fast jedem Ort, für die Versorgung der Militärtruppen aus der Luft. Und genau diese Pisten haben die Drogenbosse reaktiviert. Wir werden sehen, wie unsere neue Regierung jetzt auf die Situation reagiert. Seit 2014 hat Guinea-Bissau eine demokratisch gewählte Regierung. Eine große Koalition unter Beteiligung der wichtigsten Parteien. Die Regierung distanziert sich offiziell von den am Drogengeschäft beteiligten Militärs. Grundlegende Veränderungen in der Justiz, wie Verhaftungen von Drogenbossen nach sich gezogen hätten, bleiben aber bisher aus. Der einzige hohe Militärvertreter, der in der Vergangenheit überführt wurde, ist Bubu Natschuto, ehemaliger Kommandant der Marine. US-Drogenfahnder locken ihn im April 2013 in eine Falle, auf hoher See, in internationalen Gewässern. Bei Verhören in den USA gibt er zu, mit Drogenkartellen zusammengearbeitet zu haben. Und ein Entnahmen von anderen prominenten Drogenbaronen in Guinea-Bissau. Und diese Namen tauchen jetzt auf internationalen Fahndungslisten auf. Wie zum Beispiel auf der Kingpin-Act-Liste der US-Regierung. Diese Liste nennt die mächtigsten und einflussreichsten Drogenbarone weltweit. Und sie wird regelmäßig von den US-amerikanischen Behörden aktualisiert. Eine der aktuell meistgesuchten Drogenbarone ist Francisco de Fatima Federico Baros, genannt Chico Baros. Kapverdischer Staatsbürger, Wohnort Dissau. Gegen Chico Baros und viele andere Drogenkriminelle, vor allem aus Südamerika, wurden in den USA Sanktionen durchgesetzt. Konten wurden eingefroren und Geschäftsbeziehungen überwacht. Jeder einzelne Fall wird im Weißen Haus geprüft und vom amerikanischen Präsidenten persönlich unterschrieben. Besuch im Justizministerium von Guinea-Bissau. Was weiß man hier über Chico Baros und andere Drogenbarone, die sich in Bissau aufhalten sollen? Justizministerin Carmelita Pires gilt als engagierte Kämpferin gegen den Drogenhandel in ihrem Land. Sie selbst wurde von der Militärdiktatur verfolgt und musste eine Zeit lang das Land verlassen. 2014 wurde sie zur Justizministerin der neugewählten Regierung ernannt. Es gibt einen kapverdischen Staatsbürger, der sich hier in Guinea-Bissau aufhalten soll und der von den USA als mächtiger Drogenbarone aufgeführt wird. Ist Ihnen dieser Fall bekannt? Uns ist der Fall bekannt. Nach unseren Erkenntnissen hält sich der betreffende Mann aber nicht mehr in Guinea-Bissau auf. Wir sind gerade erst dabei, die Kriminalpolizei in unserem Land wieder aufzubauen. Nach dem letzten Militärputsch wurde die Polizeiarbeit ja unterbrochen. Es gab praktisch keine. Bissau ist eine Stadt mit 400.000 Einwohnern. Ein überschaubares Terrain für die Suche nach Drogenhändlern, die auf internationalen Fahndungslisten stehen. Wir versuchen weitere Hinweise zu finden, wo sich Chico Barosch aufhalten könnte, wenn das Gerücht, der mutmaßliche Drogenhändler sei in der Stadt, hält sich hartnäckig. Ein Hinweis, dem wir folgen, führt schließlich zu einem der zentralen Plätze Bissaus, Prasa Bayana, zum sogenannten Kaliste-Komplex. Dort könne man aus erster Hand erfahren, welche Drogenbarone im Land leben, heißt es. Am nächsten Tag dürfen wir hinein. Wir werden zwischen Roulette-Tischen und einarmigen Banditen empfangen. Der Mann, den wir treffen, behauptet, er sei der Geschäftsführer, nicht aber der Besitzer des Etablissements. Es ist ihm wichtig, diesen Fakt zu betonen. Wer sind Sie? Francisco Barosch. Ihr vollständiger Name? Francisco de Fatima Federico Barosch. Chico Barosch, so werden Sie hier in Guinea-Bissau genannt. Sie werden auf einer Liste der USA als einflussreicher, international operierender Drogenbaron geführt. Das stimmt nicht. Ich bin vollkommen überrascht von diesem Vorwurf. Ich hatte niemals mit Drogenhandel zu tun. Vielleicht hatte ich mit Leuten zu tun, die damit in Verbindung stehen. Mit einigen bin ich vielleicht sogar befreundet. Ich selbst habe damit aber nichts zu tun. Ich lehne das vollkommen ab. Ich habe mein ganzes Leben lang ehrlich gearbeitet. Zugegeben, ich hatte mit einigen Kolumbianern zu tun. Ich habe ihnen Autos verkauft. Viele teure Autos. Und schauen Sie, wenn es ums Geschäft geht, dann unterscheiden sie auch nicht, ob einer Kolumbianer ist oder nicht. Ich habe sie manchmal getroffen, in Diskotheken oder Restaurants. Sie waren ja schließlich meine Kunden. Manchmal bezahlten sie mich direkt vor Ort. Sie übergaben mir Schecks und manchmal auch Bargeld. Sind Sie je mit Kokain bezahlt worden? Nein, niemals, niemals. Selbst wenn sie es gewollt hätten, hätte ich nicht angenommen. Wo hätte ich dann die Drogen verstauen sollen? Niemals, niemals. Haben Sie internationale Drogengeschäfte vermittelt? Nein, nein, nie. Wie erklären wir sich, dass die Amerikaner Sie auf so eine Liste setzen? Ich weiß es nicht. Ich will nur sagen, dass ich bereit bin zur Zusammenarbeit mit den Behörden. Ich würde zum Beispiel nach Dakar fliegen, wenn ich vorgeladen würde. Ich will aber nicht mit Gewalt abgeführt werden. Ich will nicht in eine Falle gelockt oder von Agenten entführt werden wie andere hier. Ich glaube auch nicht, dass das passiert, denn ich bin sehr vorsichtig. Wenn Sie wirklich was von mir wollen, sollen Sie doch auf mich zukommen. Ich bin bereit, zu Ihnen zu fahren. Sie hatten gute Verbindungen zum ehemaligen Marinechef Bubu Natschuto. Ja, er war wie ein Familienmitglied für mich. Unsere Angehörigen hatten auch ein sehr enges Verhältnis. Ich habe ihn sogar Onkel Bubu genannt. Er war für mich wie ein enger Angehöriger. Und sie wussten nicht, dass er, wie es heißt, tonnenweise Kokain durchs Land geschmuggelt hat? Niemals. Für mich war er einfach nur ein hochrangiger Militär. Ich habe Geschäfte mit ihm gemacht, Autos an ihn verkauft und auch an andere Angehörige der Marine. Aber dass er ein Drogenhändler war, das wusste ich nicht. Guinea-Bissau bleibt, auch unter der neuen demokratisch gewählten Regierung, ein Land ohne funktionierende Polizei und Justiz. Ex-Kommissar Calvario Aucarie kennt den Fall Chico Baros. Doch er kann zurzeit nichts unternehmen. Und auch die wenigen Polizisten und Staatsanwälte, die noch im Amt sind, sind machtlos. Monatelang wurden ihre Gehälter nicht bezahlt. Es fehlen Computer, Autos, Benzin. Es gibt keine Gefängnisse. Nur ein paar abschließbare Zimmer ohne Gitter vor den Fenstern. Unsere eigene Recherche hat gezeigt, es wäre ein leichtes, international gesuchte Verbrecher aufzuspüren. Doch nichts geschieht. Calvario hofft, dass er von der neuen Regierung wieder als Kommissar gegen das organisierte Verbrechen eingesetzt wird. Das organisierte Verbrechen braucht keine Lizenz. Es bittet nicht um Erlaubnis, ein Land zu betreten. Die Verbrecher machen, was sie wollen. Sie kommen in ein Land und unterwerfen es einfach. Wenn sie ein Land ins Visier nehmen, unterwerfen sie die Politik und die Wirtschaft dieses Landes nach ihrem Belieben. Und herrschen. Großer Reichtum in einem extrem armen Land. In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Villen und herrschaftliche Anwesen vor den Toren der Stadt entstanden. Die Besitzer, zumeist hochrangige Militärfunktionäre und Politiker. Das meiste Kokain, das hier geschmuggelt wird, bleibt nicht im Land. Guinea-Bissau ist vor allem eine Durchgangsstation für die Drogen auf dem Weg Richtung Europa, wo die Drogenmafia für das Kokain viel höhere Preise erzielt. Doch auch in Guinea-Bissau selbst wird der Drogenkonsum zunehmend zum Problem. Viele Zwischenhändler und Transporteure werden mit Kokain bezahlt und vermarkten es im eigenen Land weiter. Domingo Steh, protestantischer Pastor, ist einer der wenigen, der sich um Jugendliche kümmert, die crack-süchtig sind. Er betreibt eine Entzugsstation für Drogenabhängige. Sie liegt 30 Kilometer von Bissau entfernt in Guinea-Mell, einer abgelegenen Gegend. Zwei alte Gebäude, ohne jede Ausstattung, ohne Geld und praktisch ohne Medikamente. Es gibt keinen Strom und kein fließendes Wasser. Dieses Zentrum haben wir aufgebaut, um junge Menschen aufzunehmen, die Opfer der Drogen in Guinea-Bissau geworden sind. Sie werden von ihren Angehörigen hierher gebracht, inzwischen aus dem ganzen Land. Aus Gabu, Bafata oder Kanschungo. Leider sind wir kaum darauf vorbereitet und unsere Regierung hat auch keine Mittel, um dieses Problem wirksam zu bekämpfen. Das ist die Frauenabteilung. Hier haben wir sie untergebracht. Frauen, die an Depressionen leiden. Und das ist das Lager für die drogenabhängigen Männer. Allein in diesem Raum sind 35 junge Männer untergebracht. Besonders aggressive Patienten müssen als erste Maßnahme in diese Zelle. Jugendliche, die psychologisch angeschlagen sind, mental krank sind, Halluzinationen haben und nichts mehr mitbekommen. Unberechenbare Menschen, die auch jemanden umbringen könnten. Irgendwann fingen die Jugendlichen an, das Kokain zu strecken und zu Klumpen zu verarbeiten. Wir nennen das hier Kisa, Crack. Diese Droge besteht aus Kokain, das mit Bikarbonat gestreckt wird. Dann fügt man einen Anteil Tabak dazu. Das Zeug macht sehr schnell abhängig. Die Jugendlichen merken das zunächst nicht, aber dann werden sie schnell so abhängig, dass sie bereit sind, Raubüberfälle und andere Straftaten zu begehen. Hier leiden auch alle an Paranoia und Halluzinationen. Weil es keine Mitarbeiter gibt, werden die Drogensüchtigen größtenteils sich selbst überlassen. Pastor Domingos kommt jeden zweiten Tag und führt mit einigen der abhängigen Gespräche. Mehr kann er für sie nicht tun. Kinamel ist die einzige Entzugsstation in ganz Guinea-Bissau. Wir haben eine exponentiell ansteigende Anzahl von Drogensüchtigen in Westafrika. Man schätzt, dass es hier bis zu drei Millionen Abhängige gibt. Eine enorme Zahl. Es ist schon lange kein Problem mehr, das nur die Erzeuger und Konsumländer betrifft. Es wird zunehmend auch ein Problem für die Transitländer. Anflug auf Bamako, die Hauptstadt Malis. Fast zwei Millionen Menschen leben hier. Insgesamt hat Mali 15 Millionen Einwohner. Bamako erlebt seit 2012 ein Flüchtlingsdrama. Aus dem Norden des Landes strömen Hunderttausende in die malische Hauptstadt. Sie haben keine Bleibe, keine Jobs, kaum Verdienstmöglichkeiten. Als Tagelöhner graben sie Sand aus dem Niger-Flussbett und verkaufen es an Baufirmen. Ihre nordmalische Heimat wurde von islamistischen Rebellen besetzt. Französische Streitkräfte griffen ein und schlugen die Islamisten zurück. Inzwischen hat Mali einen neuen Präsidenten. Doch der Konflikt schwelt weiter. Musiker M.C. Talca ist selbst aus dem Norden Malis in die Hauptstadt geflohen. Mit seiner Musik engagiert er sich für ein freies Land. Seine Botschaft? Kokain ist der Treibstoff, der den Terror in seinem Land befeuert. Mein Herz weint. Der Norden meines Landes weint. Der Norden ist immer in meinem Herzen. Diese Region, die von Terroristen heimgesucht und in Geißelhaft genommen wurde. Für mich ist es schwer zu verkraften, dass mein Land es nicht schafft, aus dieser Misere herauszukommen. In meiner Heimatstadt Gao gibt es ganze Viertel, die sie Kokain-Bugu nennen. Kokainviertel. Die Gegenden um Gao und Timbuktu im Norden werden von separatistischen Bewegungen und Islamisten kontrolliert, die mit der Drogenmafia zusammenarbeiten und am Schmuggel mitverdienen. So wurde Mali ein zweigeteiltes Land. Offiziell hat die malische Armee mit Hilfe französischer Truppen seit der Operation Serval im Frühjahr 2013 zumindest die wichtigsten Städte wieder befreien können. Doch die Gegend ist schwer zu kontrollieren. Der Norden Malis ist doppelt so groß wie ganz Deutschland. Dort verbünden sich internationale Drogenkartelle mit fanatischen Ideologen und Gotteskriegern. Eine explosive Mischung, die auch für die Nachbarstaaten Mauretanien, Niger oder Algerien gefährlich werden kann. Der Norden Malis ist und war schon immer eine Gegend, die schlecht oder gar nicht kontrollierbar war. Die Tuareg-Völker dort sind, historisch betrachtet, schon immer in den Schmuggel involviert. Mit Salz, Sklaven, Zigaretten, Benzin. Und dieselben Routen werden heute immer noch benutzt. Seiner Tochter zeigt MC Talca Fotos von der Heimat, aufgenommen vor der Flucht. Den Krieg im Norden des Landes erlebte die Familie nicht unmittelbar. Sie schaffte es, rechtzeitig nach Bamako zu fliehen. MC Talca hatte eine glückliche Jugend. Gao war eine wohlhabende Stadt. Nicht nur ein Handelszentrum, sondern auch ein kultureller Mittelpunkt. In seinen Songs beschreibt er, wie zunächst Tuareg-Separatisten und schließlich Islamisten Gao einnahmen, um dort extreme Formen der Scharia durchzusetzen. Dies anzuprangern wäre im Norden des Landes sein Todesurteil. Sie sind total dumm. In ihren Augen bin ich einer, den sie fertig machen müssen. Sie halten mich für einen Vertreter des Westens, weil ich die moderne Gesellschaft repräsentiere. Etwas, was sie weder verstehen können, noch wollen. Die Islamisten und Separatisten im Norden fordern Wegzoll und Schutzgeld von den Kokaintransporteuren auf dem Weg durch die Sahara. Mit diesen Einnahmen finanzieren sie ihre Waffenkäufe. Das beobachten nicht nur westliche Geheimdienste. Gleichzeitig können die Drogenschmuggler in den von den Islamisten kontrollierten Gebieten ungestört ihren Geschäften nachgehen. Sie schleusen containerweise Drogen durch das Gebiet, Kokain und Waffen. Auch mithilfe von Korruption. Es gibt Flugpisten, die stammen noch aus der Kolonialzeit. Zum Beispiel die Flugpiste von Takint. Auf dieser Piste landen sogar riesige Antonov-Transportflugzeuge. Sori Haidara ist Chefredakteur der malischen Zeitung La Nouvelle Patrie, die immer wieder das Thema Drogenschmuggel und Islamismus im Norden Malis beleuchtet. Mit seinen Recherchen machte er sich im Laufe der Jahre nicht nur Freunde. Immer wieder wurde er bedroht. Doch Sori Haidara macht weiter und berichtet über die Flugzeuge, die vollbeladen mit Drogen mitten in der Wüste landen. Ein Fall vom November 2009 hat schließlich sogar International-Schlagzeilen gemacht. Die Kokain-Boeing von Takint. Benannt nach einer Stadt in der Wüste im Norden des Landes. Als das Flugzeug in Takint landete, waren die Drogenhändler und Kuriere sofort vor Ort. Sie haben es geschafft, die Ware direkt an sich zu nehmen. Das Flugzeug hatte zwar eine Bruchlandung, aber das war kein Hindernis. Die Drogen wurden sofort auf dem Landweg weitertransportiert. Nach der Bruchlandung in der Wüste war die Boeing flugunfähig und wurde in Brand gesteckt. Das Frachtflugzeug, registriert in Guinea-Bissau, hatte, wie die Behörden später bekannt gaben, zwischen 5 und 10 Tonnen Kokain aus Venezuela geladen. Große Drogenflugzeuge, die auf versteckten Pisten zurückgelassen werden, sind kein Einzelfall. So läuft das im Norden Malis. Dort treffen sich die Mittelsmänner und Kuriere. Sie nehmen die Ware in Empfang und entscheiden dann, über welche Wege die Drogen weitertransportiert werden. Ob über Tunesien, über Libyen oder über Algerien. Seit einiger Zeit beobachten wir, dass keine großen Boeings mehr eingesetzt werden. Die Drogenbanden haben gemerkt, dass es doch zu risikoreich ist. Sie nehmen inzwischen kleinere Maschinen, die unter dem Radar hinwegfliegen. Sie transportieren mehrere Tonnen Kokain. Und wenn es dann im Land ist, teilen sie es in kleinere Pakete auf. Denn besser ein Paket von 100 Kilo verlieren, als gleich die ganzen drei Tonnen. Januar 2013. Angriff der Al-Qaida im islamischen Maghreb auf die Gasanlage Amenas in Algerien. Die Terrorgruppe nimmt ausländische Arbeiter und Ingenieure als Geiseln. Der Anschlag endet mit einem Blutbad. Über 50 Tote. Islamistenführer Mokhtar Bel Mokhtar bekennt sich zum Anschlag. Der Algerier nutzt den Norden Malis als Basis. Früher finanzierte er sich durch Zigarettenschmuggel. In den vergangenen Jahren kam, so internationale Ermittler, eine weitere, viel einträglichere Einnahmequelle dazu. Kokain. Dieser ganze dreckige Krieg hängt mit dem Drogenschmuggel zusammen. Im Norden genießen die Drogenschmuggler alle Freiheiten der Welt. Die Separatisten haben Geld und Waffen. Und das führt dazu, dass es für den malischen Staat immer schwerer wird, dieses riesige Gebiet zu beherrschen. Der Staat hat nicht annähernd die Mittel, es zu kontrollieren. Malis Hauptstadt Bamako ist im gesamten Westen Afrikas bekannt für ihre dynamische Musikszene. Hunderte Musiker flohen in den Süden des Landes, nachdem die mit der Al-Qaida verbündeten Milizen die Kontrolle über den Norden übernommen hatten und jede Form von Musik verboten. In diesem Nachtclub tritt MC Talca auf. Musik ist seine Waffe gegen die Bedrohung seines Landes. Der Norden weint, der Norden leidet, singt MC Talca. Meine Heimat ist in die Fänge der Terroristen und Drogenbarone geraten. Musik Doch die Angst vor Anschlägen ist auch im Süden des Landes allgegenwärtig. 540 Kilometer vor der westafrikanischen Küste im Atlantik, zwischen Südamerika und Afrika, liegen die Kapverden. Auf den neun bewohnten Inseln leben insgesamt eine halbe Million Menschen. Unterwegs mit der Kapverdischen Küstenwache auf einer Routinepatrouille. Angelo Garcia, der Kommandant des Küstenwachboots, überwacht ein Seegebiet von über 200 Seemeilen um die Hauptinsel Santiago. Der Kapverdischen Küstenwache stehen insgesamt fünf solcher Boote zur Verfügung. Es ist tatsächlich nicht einfach, die Piraterie und den Schmuggel in unseren Gewässern zu bekämpfen. Vor allem wegen der geografischen Gegebenheiten unseres Landes. Aber wir tun unser Bestes. Die Kapverden sind ein kleines Land mit einem großen Meeresgebiet, das es zu kontrollieren gilt. Eine Fläche größer als Frankreich. Nach Schätzungen der Antidrogenbehörde der Vereinten Nationen wurde durch die Kapverden in den vergangenen Jahren etwa gleich viel Kokain geschleust wie durch Guinea-Bissau. Mehr als 30 Tonnen jährlich. Die Inselgruppe liegt nördlich vom sogenannten Highway Nummer 10. Der kürzesten Route zwischen Lateinamerika und Westafrika entlang des 10. Breitengrades. In der Hauptstadt Praia treffen wir den Journalisten Daniel Almeida, der seit Jahren für die wichtigste Zeitung des Landes über spektakuläre Drogenfälle berichtet. Er schreibt über große Drogenfunde und über Verhaftungen von Angehörigen der kapverdischen High Society. Almeida berichtete auch über die zahlreichen Antidrogenprozesse, die in den vergangenen fünf Jahren zu Verurteilungen von einflussreichen Hintermännern der Drogenmafia führten. Auf den Kapverden sitzen zurzeit etwa 20 Drogenkriminelle in Haft. Ich spreche hier von wirklich großen Fischen. Die vielen kleinen Dealer zähle ich gar nicht mit. In den vergangenen Jahren gab es vor allem zwei spektakuläre Fälle. Einen mit dem Codenamen Adlerflug und einen anderen mit dem Codenamen Fliegendes Boot. Die involvierten Leute sitzen im Zentralgefängnis hier in der Hauptstadt Praia. Die Erfolge wurden nur möglich durch kompetente Polizei- und Ermittlungsarbeit. Für westafrikanische Verhältnisse ist die kapverdische Polizei relativ gut ausgestattet und trainiert. Und das wird auch gern zur Schau gestellt. Regelmäßig werden Medien eingeladen, bei Übungen dabei zu sein. Anders als in vielen anderen Ländern der Region wurde hier eine Sondereinheit gegen Drogen- und Bandenkriminalität ins Leben gerufen. Alle Abteilungen sind international gut vernetzt, vor allem mit europäischen Ermittlungsbehörden. Bei seinen Recherchen arbeitet Daniel Almeida eng mit der Polizei zusammen. Die verfügt über Videoaufnahmen vom spektakulärsten Drogenfund in der Geschichte des Landes. Operation Lancia Voadora. Fliegendes Boot. Ein Fall, der auch international Aufsehen erregt hat. Ermittler aus vier verschiedenen Ländern waren an der Aufklärung beteiligt. Sie hatten eng mit den kapverdischen Kollegen zusammengearbeitet. Sie kamen einem internationalen Schmugglering auf die Spur, der über viele Jahre hinweg tonnenweise Kokain aus Kolumbien auf die Kapverben und dann weiter nach Deutschland und in die Niederlande schmuggelte, wie in diesem Bericht des kapverdischen Fernsehens beschrieben. Das Kokain kam nicht nur per Flugzeug und per Schiff, sondern, das vermutet die Polizei, sogar mit U-Booten. Es wurde zumeist vor der Küste der Insel Santiago ins Meer geworfen. Hier wurde das Kokain dann von der Lancia Voadora übernommen. Einem dreimotorigen Schnellboot. Dreimal schneller als die kapverdische Küstenwache. Die Operation, unterstützt von niederländischen, portugiesischen und spanischen Ermittlern, gipfelte in der Sicherstellung der größten Menge Kokain in der Geschichte der Kapverben. Im Oktober 2011 hat die Polizei in einem Keller eines Wohnhauses mitten in Praia eine Riesenmenge Kokain sichergestellt. Es war ein Haus, das einer Immobilienfirma gehörte, die auch im Besitz der Drogenschmuggler war. Mehr als 1,5 Tonnen Kokain wurden sichergestellt. Auch klein- und großkalibrige Waffen, sowie Banknoten in ausländischer und kapverdischer Währung in sehr hohen Beträgen. Zurzeit sind allein in diesem Fall neun Personen in Haft, die zu diesem Drogenring gehören. Unter ihnen auch der damalige Präsident der kapverdischen Börse. Das war ein richtiger Skandal. Die kapverdische Gesellschaft hat die Polizeiarbeit sehr unterstützt. Drei Tage nach der Beschlagnahmung wurde das sichergestellte Kokain nahe der Hauptstadt Praia medienwirksam verbrannt. Der Wert der Drogen 500 Millionen US-Dollar, was ungefähr doppelt so viel ist, wie die gesamten Jahreseinnahmen des kapverdischen Inselstaates. Die staatlichen Instanzen auf den Kapverden sind zweifelsohne stärker als in den meisten anderen Ländern der Region Westafrika. Das ist ein sehr positiver Faktor. Aber die Kapverden sind und bleiben ein gefährdeter Staat. Allein schon wegen der geografischen Lage und der Tatsache, dass es eine nicht unerhebliche Anzahl von kriminellen Jugendlichen gibt, die aus anderen Ländern auf die Kapverden abgeschoben wurden. Es gibt keine Wunderwaffe gegen die organisierte Kriminalität, keine sichere Methode, den Drogenhandel zu bekämpfen. Die kapverdischen Verfolgungsbehörden müssen deshalb unaufhörlich weiterarbeiten. Jede Nachlässigkeit würde sofort von den kriminellen Gruppierungen ausgenutzt. Die Kapverden exportieren Bananen und Fisch. Auch der Tourismus ist eine langsam steigende Einnahmequelle. Das Geld für den Kampf gegen die Drogenkartelle ist dennoch knapp. Das Hauptproblem bleibt die geografische Lage. Das Inselgebiet ist extrem unübersichtlich. Bis zu 500 Kilometer trennen die Inseln im Nordwesten von denen im Südosten. Es gibt viele zerklüftete und kaum zugängliche Strände. Caleta de Sao Miguel auf der Hauptinsel Santiago ist ein ruhiger Ort. Die meisten der ca. 16.000 Einwohner leben vom Fischfang. Am 2. Juli des Jahres 2011 werden hier unzählige weiße Pakete an den Strand gespült. Daniel Fernandes war zu der Zeit Polizist und hatte Dienst. Seine Sondereinheit war erst ein paar Monate zuvor gegründet worden. Ja, es waren viele Pakete. Eine sehr große Anzahl sogar. Wie viele genau konnten wir niemals feststellen. Aber es muss eine große Menge gewesen sein. Wir haben einige davon aufsammeln können. Überall an diesen Stränden hier. Die Vermutung der Antidrogenbrigade? Die Pakete waren aus Flugzeugen ins Meer geworfen worden und sollten von Schnellbooten aufgefischt werden. Ähnliche Fälle hatten die Ermittler bereits in den Monaten zuvor registriert. Allerdings weiter draußen vor der Küste. Dass ein Teil der Ladung an die Strände direkt an die Haustüren der Dorfbewohner gespült wurde, das war allerdings neu. Man muss dazu sagen, dass viele Leute hier zunächst gar nicht wussten, was genau in den Paketen war. Erst später bestätigte sich durch Analysen und Tests, dass es Drogen waren. Manche haben zuerst gedacht, das Pulver sei etwas ganz harmloses. Und so haben sie es für ganz andere Zwecke benutzt. Einige, so wird erzählt, haben daraus eine Paste hergestellt und ihre Boote angestrichen. Auch Kinder sollen damit gespielt haben. Es gibt allerhand Geschichten, die man sich hier erzählt. Einige Dorfbewohner haben die Pakete massenweise aus dem Wasser gefischt und mit nach Hause genommen. Als sie dann vom Werk des Pulvers erfuhren, haben sie versucht, daraus Kapital zu schlagen. Es gab Leute, die versuchten, Koks-Pakete gegen Elektrogeräte einzutauschen. Einer versuchte sogar, ein Sammeltaxi, das er kaufen wollte, mit zwei Kokain-Paketen, statt mit Geld zu bezahlen. Der Fall bleibt unklar. Ebenso die Frage, woher die Pakete stammen und wer dahinter steckt. Tatsache ist, São Miguel erlebt einen wahren Bauboom, seitdem die Kokain-Pakete an den Strand geschwemmt wurden. In dem Fischerort kam viel Unruhe auf. Sogar bei der Polizei gab es Probleme. Die Antidrogenbrigade selbst wurde verdächtigt, einen Teil des Kokains beiseite geschafft zu haben. Von dem konfiszierten Kokain verschwand einiges aus der Polizeistation. Und daraufhin wurden auch Polizeibeamte der Sondereinheit festgenommen. Auch Daniel Fernandes wurde damals verhaftet und verdächtigt, Kokain-Pakete an sich genommen zu haben. Fernandes beteuerte zwar immer wieder seine Unschuld, doch es nutzte nichts. Er wurde vom Polizeidienst suspendiert und arbeitet seitdem für eine Sicherheitsfirma. Die Kapwerden bleiben ein gefährdetes Land. Immerhin, ein neues Antischwarzgeldgesetz erlaubt es den Behörden, Immobilien zu konfiszieren, wenn die Besitzer den Ursprung des Geldes nicht nachweisen können. Damit ist man hier vielen anderen Ländern der Region weit voraus. Im Vergleich zu den Kapwerden sind die anderen Länder Westafrikas deutlich gefährdeter. Vor allem in Mali und Guinea-Bissau sind die staatlichen Strukturen praktisch zusammengebrochen. Inzwischen geraten alle Länder der Region immer mehr unter Druck durch den massiven Anstieg der Drogenkriminalität. Ganz Westafrika ist betroffen. Die Folgen? Korruption, Gewaltverbrechen und blutige Kriege. Zurück nach Dakar, in die Hauptstadt Senegals. Hier funktionieren die staatlichen Strukturen, zumindest halbwegs. Noch, und das weiß auch Pierre Lapaque, ist Westafrika vor allem Drehscheibe und Transitregion für die Drogenhändler. Doch das wird wohl nicht so bleiben. Afrika, das sind heute ca. eine Milliarde Einwohner. In 25 Jahren sind es zwei. Die Hälfte der Bevölkerung ist jünger als 25. Wer sind die Drogenkonsumenten? Das sind junge Leute. Afrika ist also ein enormer Zukunftsmarkt. Die Zukunft für das organisierte Drogenverbrechen liegt daher nicht in Europa, nicht in den USA, sondern in Afrika. Das ist l'Africa. Untertitelung. BR 2018